schwarze Seelen Tico, Tico, komm her da rastet er aber mal komplett aus Tico, was ist das hier? Ist das ein Tablet? oder was ist das? warum kann ich nicht mehr zoomen? damals konnte ich noch zoomen, damals konnte ich noch mal meine Kamera wechseln egal ähm er spricht jetzt so Leute ich bin der Jego und äh das ist vom Vater in das Zimmer er hat eingestellt aber da oben sind so was machen will mit mir jetzt lebe ich mich hin ich ziehe jetzt ein bisschen was äh ja, da kann man was sehen aber ähm ich habe Bock irgendwie was zu fressen haben äh 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 was ist das? ein Spielzeug? äh 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 Wie so eine Löhama? Oh, blöd! Wie so eine Löhama? Komm mal, komm mal! Komm mal, komm mal! Du bist irgendwie wie Trollo! Aber okay! Bitte sei doch heute mal ein bisschen fröhlich! Geh, go! Willst du nicht kämpfen? Willst du mit mir tanzen? Geht nicht ab! In die Volle! Deine Nase! Guck mal, Leute! Mäh, mäh, mäh! Ja, 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 ne! Ja, ne! Hundes und Zählen finde ich an der Nase! Würde ich am besten nicht empfehlen! Fest an der Nase oder so! So bupen! Ne, Diego! Hallo, Labradorhund! Dunder Vlog 2 ist am Start gewesen! Ciao, Leute! Bezd le Janow. Bis zum nächsten Mal